Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich den Rebel Wopper probieren. Der Rebel Wopper ist seit Dienstag in allen teilnehmenden Burger King Feiern erhältlich und da habe ich mir gedacht, ich probiere den einfach mal aus. Hier ist die schöne Burger King Tüte. Ich hole den Rebel Wopper raus. Hier ist er noch eingepackt. Witzigerweise ist er noch als Ghost Wopper verpackt. Ich werde den jetzt probieren. Ich packe ihn aus. Ich bin gespannt, wie er mir schmecken wird. Ihr seht, ich habe den auch mit Käse genommen. Also ist er nicht vegan, sondern eher vegetarisch. Und ich probiere den jetzt. Also der schmeckt schon mal richtig lecker. Richtig so nach einem Wopper. Nur ohne Fleisch. Fleisch. Aber man schmeckt es nicht heraus, dass der ohne Fleisch ist. Wie ein normaler Wopper. So, erstmal kurz was zu trinken hochholen. So, eine Flasche Cola gibt es dazu. Mal schauen, ob ich in diesem Video noch ein paar gute Rülpser raushauen könnte. Also schmecken tut der richtig lecker. Man merkt überhaupt nicht, dass es Fleischersatz ist. Also, wie ist es? Es muss bestimmt für euch langweilig sein, mir beim Essen zuzugucken. So, ich werde den Burger gleich aufessen, wenn ich das Video beendet habe. So, ich glaube ich werde jetzt das Video auch an der Stelle beenden. Ihr habt ja jetzt meine Meinung zu den Webelwopper gehört. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.